Femme Lab Talking Science Sehr verehrte Damen und Herren, ich war gestern bei meiner Oma. Die wird übrigens heute 70, also alles Gute zum Geburtstag, Oma. Meine Oma hat mir erzählt, dass ihre Freundin am Knie operiert wurde und sich dabei im Krankenhaus eine Infektion eingefangen hat. Mein Opa, das ist ein richtiger Schwabe, der würde jetzt sagen, Mädchen, da brauchst du gar nicht mehr ins Krankenhaus gegangen, da kommst du kranker heim, als du vorher warst. Und irgendwie hat er ja da auch recht, weil jährlich infizieren sich in deutschen Krankenhäusern ungefähr 500.000 Menschen mit sogenannten Klinikkeimen und circa 40.000 sterben sogar da dran. Häufig ist die Ursache dafür der sogenannte MRSA. Das ist ein Bakterium namens Staphylococcus aureus, das gegen die meisten bisher bekannten Antibiotika mittlerweile resistent ist und sehr viele Krankheiten wie schwere Lungenentzündung und Blutvergiftung auslösen kann und natürlich aufgrund der Resistenzen auch sehr schwer behandelbar ist. Übrigens hat jeder Dritte von ihnen diesen Staphylococcus aureus natürlicherweise in der Nase, aber keine Panik. Problematisch wird es erst, wenn das Bakterium diese Resistenzen erlangt, wenn es über offene Wunden in den Körper eindringt und wenn der Organismus ohnehin schon geschwächt ist. Aber eben genau diese Umstände, die kommen im Krankenhaus oft zusammen. Und Resistenzen, die entstehen dadurch, dass oft zu viel oder falsche Antibiotika gegeben wird und, das kennen Sie sicher alle, wir tendieren dazu, mit einem Antibiotika früher aufzuhören, weil es uns in der Zwischenzeit schon besser geht. Und da bleiben eben immer einige widerstandsfähige Bakterien zurück. Ich zeige Ihnen mal kurz, was die dann machen. Die feiern dann eine Riesenparty, weil... Weil die konnten eben nicht nur die Behandlung mit dem Antibiotika überleben, sondern sie kennen das Antibiotika jetzt auch und können sich beim nächsten Mal erfolgreich dagegen wehren. Sie sind also resistent geworden. Und weil Bakterien sehr gesprächig sind, können Sie diese Information auch mit anderen Bakterien austauschen. Das nennen wir dann horizontaler Gentransfer. Und bei dem Staphylococcus aureus, da sieht es eben so aus, den hat man zuerst versucht, mit Penicillin zu behandeln. Aber dagegen hat das Bakterium relativ schnell was gefunden. Und zwar sogenannte Beta-Lactamasen. Das können Sie sich vorstellen wie so kleine Scheren, die zerschneiden das Penicillin und machen es unwirksam. Dann haben wir uns überlegt, wir machen das Penicillin stabiler und fester, damit es nicht mehr zerschnitten werden kann. Daraus wurde dann das Methicillin. Aber auch dagegen hat das Bakterium mittlerweile was gefunden. Und zwar hat es den Aufbau seiner Hülle so verändert, dass das Methicillin nicht mehr dran binden kann und einfach abprallt. So, und genau deswegen arbeiten wir täglich im Labor mit diesem MRSA, um mehr über das Bakterium herauszufinden und vielleicht in Zukunft neue alternative Behandlungsmöglichkeiten zu finden. Und Ihnen kann ich raten, in der Zwischenzeit, das Bakterium wird über Schmierinfektionen übertragen. Also wenn Sie das nächste Mal im Krankenhaus sind, auch nur als Besucher, dann denken Sie daran, Hände desinfizieren kann Leben retten. Danke. Danke. Vielen Dank.